Einbecker Messe. Ein Besucherstrom für Einbeck aus der Region. Wir werden also dafür sorgen, dass ca. 10.000 bis 15.000 Menschen Platz finden in zwei bis drei großen Messehallen. Klimatisiert mit Fußboden, mit Teppichboden, mit Messebauwänden. Nicht nur ideal für Aussteller, die sich präsentieren, sondern auch für Besucher. Es gibt wenig Bereiche, außer die, die sein müssen, im Freibereich stattfinden, sprich große Fahrzeuge. Wir haben zum Beispiel auch Schlepper, riesengroße Teile, die kann man nicht in die Halle stellen. Die Feuerwehr ist dabei, das THW ist dabei, Institutionen sind dabei, die sich dort präsentieren. Das Parkgelände vor dem neuen Rathaus bietet das servicegerechte Ankommen. Das heißt, wir bieten die Parkplätze für die Messe, Parkplätze für die Innenstadt und bieten dann auf einer großen Fläche ca. 2500 Quadratmeter im Freigelände und mit zwei Großhallen, die ca. um die 2000 oder 1800 Quadratmeter groß sind, Platz für 100 Teilnehmer. Eine Veranstaltung für Jung und Alt, für die Familie, für das Handwerk, für den Handel, für die Industrie, aber auch vor allem für humanitäre Bereiche, die Spaß machen sollen. Anfang des Frühlings, also im April und ich denke, dass wir mit den Ausstellern, die wir jetzt schon haben und mit den Inhalten, die wir hier präsentieren, eine hübsche, interessante, kommunikative Veranstaltung entwickelt haben, die bestimmt allen Spaß machen wird.